Meine liebe Geschwister der Hölle, jeder von uns liebt Satan, aber die Kosten für Couscous sind unmenschlich. Wenn wir den Koran richtig betrachten, dann betrachten wir den Koran richtig, dann entnehmen wir aus dem Koran, dass Allah das Couscous hauen möchte und Allah befiehlt uns im Koran, begeh und sucht. Mit dem Koran schafft, 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 den Propheten Mohammed ohne Maß schafft, schafft. Jeder von uns liebt den Prallenschaft, den Propheten, mein leeres Gerede, mein Horschrei muss mit Couscous beschmissen werden. Elfen hauen mit Salamis der Hölle. Scheiß in Text vergissen. Lol, Allah teilt das Video mit den Ohren, mit der Zunge und mit den Augen. Die Richtigste Wahrheit. Abonnieren. Warum? Weil I Couscous.